Timo, wie läuft's? Timo, wie läuft's? Für das Ende würde ich dann wieder zweimal den gleichen Stick nehmen. Wie läuft's, Timo? Ja, so machen wir dann einmal zwischendurch. Also nur den Anfang jetzt, dann Schluss und dann nehmen wir den Schluss. Genau. Läuft's gut? Ja. Cool. Okay, Timo. Meinung zum ersten Tag. Lief gut? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Ja, hört sich gut an? Ja. Bist du Frieden mit deinem Ergebnis? Nee. Ja, doch. Ja? Ja, ist geil. Bis jetzt durch, ne? Ja, wo sind wir denn grad bei, Jungs? Was macht ihr denn grad? Weil ich wechseln, was Philipp nicht kann, deshalb filmt der. Ja, was laberst du? Und wofür sie wechseln die Seiten, Henry? Zum Gitarre spielen. Wer sind sie? Woher kennt man sie? Mich kennt man? Ja. McDonalds, Kasse. Ja. An welchem? Ich kann das nur. Tschüss, Parker. Von Gitarre spielen. Was gibt's wirklich dasджor. Nein. Au re demons. vitos, super cool. Hier背 bater, Honestly, Dylan Himasя red Bruce put in thee. Das ist alles, wie wir heute zurückgehen zusammen! Jeg ochterinnen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was hast du, Dennis? Läuft gut oder was? Super. Die da wohnen wird sich froh. Hören wir uns das auch an hier, ne? Alleine, was du machst, wie du haltest, 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 wie du haltest. Philipp? Ja? Läuft? Ja. Ja? Bis gleich, Philipp. Viel Glück, viel Erfolg. Du Mund auf. Könntest du, ist es kommen? Dennis! Dennis! Ja, das war's.